Hallo Menden! Bücherwunder hat mich freundlicherweise zum The Booktuber Behind Tech eingeladen, in dem es so ein bisschen um das Leben und Booktube geht. Und ich versuche den so schnell wie möglich abzudrehen, denn wir haben Bauarbeiter am Haus und die schleifen ständig und ich muss jede Sekunde Ruhe nutzen. Und los geht's! Erste Frage. Welches Wort... Welches Wort fällt dir spontan zu deiner Person ein? Da habe ich natürlich eine Weile überlegt, aber letztlich sind eigentlich alle Begriffe, auf die ich auch so kam, in dem Wort introvertiert enthalten. Ich glaube, das passt wirklich ganz gut. Zweite Frage. Was machst du hauptsächlich neben YouTube? Da es später nochmal um meine Freizeit geht, nehme ich an, hier ist eher so das Buchliche gemeint und ich bin ganz passender oder langweiligerweise Buchhändler. Dann drittens. Warum Booktube? Warum Bücher? Ich fange mal mit der Frage, warum Bücher an? So ganz grob erstmal, es ist einfach mein Hauptinteresse. Ich mag es. Jetzt müsste man ein bisschen tiefer fragen, warum mag ich es denn eigentlich so? Aber das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Also man kann ja oft auch schlecht sagen, warum man einen Menschen so besonders mag. Ich meine, selbst wenn man sagt, er ist humorvoll, kann man ja immer noch fragen, warum magst du das? Bei Büchern und mir ist es so, dass ich finde, es ist die perfekte Mischung aus einerseits Unterhaltung und andererseits aber auch so Bildung und Anspruch. Das heißt, Bücher erfüllen so für mich einerseits diesen Eskapismuswunsch, sie vermitteln mir aber auch Wissen und sie haben mich definitiv zu einem besseren Menschen gemacht. Und das finde ich natürlich großartig, wenn das alles in einem Medium enthalten ist. Ich kann das aus Spaß lesen, es fordert mich aber manchmal auch. Es gibt Bücher, die finde ich anstrengend und es gefällt mir sehr, sehr gut. Um mal ein mehr oder weniger Gegenbeispiel zu nennen, ich habe früher auch halbwegs viele oder mehr oder weniger Videospiele gespielt und inzwischen gibt es ja auch ganz, ganz großartige, tiefsinnige Spiele. Ich kriege das auch durch meinen Partner aktuell immer noch so ein bisschen mit. Aber ich persönlich würde, glaube ich, nie auf meinem Sterbebett liegen und so etwas sagen wie dieses eine Spiel, das hat mich als Mensch verändert. Ich möchte, dass das die kommenden Generationen auch noch spielen, während ich mir das bei Büchern durchaus vorstellen kann. Es gibt eine ganze Menge Bücher, die mich als Mensch verändert haben und das ist halt ein großartiges Medium für mich. Also ich habe auch nichts dagegen, oder natürlich habe ich nichts dagegen, wenn andere Leute das von Spielen oder von Filmen sagen, aber für mich trifft das eben auf Bücher zu. Warum jetzt Booktube? Das ist schon ein bisschen schwierig zu beantworten, aber da spielt es meine erste Antwort mit hinein. Ich bin introvertiert und es fällt mir viel, viel leichter, zu einer Kamera zu sprechen, als zu einem real vor mir sitzenden Menschen. Aber ich habe mich natürlich trotzdem so ein bisschen nach Austausch gesehnt. Aber auch wiederum nicht, denn ich habe auch Germanistik studiert und mit dem Master abgeschlossen, auch nicht so in die akademische Richtung. Deswegen habe ich halt auch keine akademische Laufbahn weiterverfolgt, sondern ich wollte mich eher so enthusiastisch, privat, so ein bisschen normal über Bücher austauschen. Und die interessante Frage ist eigentlich, warum ich keinen Blog gewählt habe, denn ich bin der Meinung, dass ich mich schriftlich viel, 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 viel besser ausdrücken kann als mündlich. Aber gerade deswegen habe ich mich für Booktube entschieden, damit ich das quasi so ein bisschen lernen kann, damit ich besser darin werde, mich mündlich auszudrücken. Ich erwische mich zum Beispiel auch dabei, wie ich auf Arbeit fast dieselben Sätze sage, wie in einem Video, wenn ich eben ein Buch empfehle. Also ich lerne das so ein bisschen durch Booktube und ich hoffe, es wird besser. So, nächste Frage. Was machst du in deiner Freizeit? Das ist auch ganz langweilig, hauptsächlich lese ich. Ich würde immer noch sagen, dass auch Zeichnen irgendwie ein Hobby ist, wenn ich das auch schon sehr, sehr lange nicht mehr regelmäßig gemacht habe. Letztens durch einen Tag wurde das Interesse mal wieder so ein bisschen geweckt oder überhaupt mal die Frage, ob ich das mal wieder etwas öfter machen möchte. Mal schauen. Ansonsten halbwegs viele Konzerte, würde ich sagen. Also es ist irgendwie fast jedes Wochenende irgendwas und wir gehen vielleicht nicht immer, aber schon. Und ja, Kino schon auch, aber ich bin jetzt kein richtiger enthusiastischer Cineast, auch wenn ich Filme sehr, sehr mag. Und zwar auch viele Filme, also ganz andere Richtungen als die Geschichten, die ich in Büchern lese zum Beispiel. Nächste Frage. Okay, planst du deine Videos, zum Beispiel Skripte? Ja, fast immer, was ja schon daran liegt, dass ich mir meine Meinung zu Büchern auf jeden Fall immer aufschreibe. Und das ist ja das Hauptthema auf meinem Kanal, weil ich zum Beispiel auch am Monatsende, wenn ich so einen Monatsrückblick mache, keine Details mehr, oder natürlich schon noch ein paar Details, aber das erste Buch vielleicht nicht mehr ganz so gut besprechen kann wie eine Woche danach. Tags, vor allem solche hier, in denen es ja jetzt keiner großen Vorbereitung bedarf, die sind etwas freier, aber ich lese mir auch vorher die Fragen durch und überlege mal, was ich dazu sagen möchte. Das spielt auch in die nächste Frage ein. Wie organisierst du deinen Kanal, zum Beispiel Kalender? Ich habe das schon mal gesagt, Booktube ist in meinem Leben tatsächlich so das Einzige, was ich tatsächlich plane, auch so ein bisschen im Voraus. Ich schreibe das so tatsächlich in meinen kleinen Handkalender und habe zum Beispiel aktuell, die wird es zwar noch nicht gedreht, aber eine Planung so bis Ende August, was ich ziemlich erstaunlich für mich finde, weil ich es dann finde, weil ich sonst eher so ein bisschen unvorbereitet durchs Leben gehe. Nächste Frage. Ist dir der Inhalt oder die Qualität eines Videos wichtig? Also in erster Linie natürlich der Inhalt, falls mit Qualität jetzt eher so die technische Qualität gemeint ist. Ich bin über die Frage ein bisschen verwirrt, weil ein guter Inhalt ist natürlich auch ein Zeichen für Qualität. Aber es ist definitiv das, was die Leute sagen. Es muss nicht perfekt aussehen, vor allem nicht am Anfang. Ich folge genug Leuten, die irgendwie auf ihrer alten Laptop-Webcam filmen und ich mag es sogar sehr, wenn man neue Booktuber entdeckt und irgendwie sieht, wie die wachsen, wie die besser werden und da muss auch der Hintergrund nicht stimmen. Ich meine, ich habe halt gerade das Glück, dass ich hier so ein Regal habe, aber ihr könnt auch einfach vor ihrer Wand filmen, finde ich. Hauptsache, ihr habt was Interessantes zu sagen. Nächste Frage. Hand aus Herz. Sind dir deine Abos, Likes, Aufrufe wichtig? Äh, jein. In dem Sinne, dass ich bestimmt irgendwann mit YouTube aufgehört hätte, wenn ich so gar keine Rückmeldung bekommen habe. Das muss man auch mal sagen. Aber insofern sind mir halt die Kommentare viel, viel, viel wichtiger als die Zahlen. Ähm, also ein Video zum Beispiel, was wenig Aufrufe hat, aber dafür viele oder gute Kommentare ist mir zehnmal lieber als andersherum. Aber man muss ja auch sagen, dass das irgendwie zusammenhängt. Also je mehr Abonnenten man hat, desto mehr und vielleicht auch unterschiedliche Kommentare bekommt man ja. Also man kann jetzt nicht sagen, oh klar, ich habe zwei Abonnenten, das mache ich jetzt fünf Jahre lang so. Ich glaube nicht, dass man das so komplett ignorieren kann. Aber, das muss ich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass das bei mir so ungefähr seit vielleicht so 300 Abonnenten, ähm, tatsächlich nicht mehr so wichtig ist, weil der Kreis an Kommentatoren so ein Großteil gleich bleibt. Also diejenigen, die gut und viel und Interessantes kommentieren, das sind so ein bisschen dieselben. Das sind auch diejenigen, die ich jetzt näher kennengelernt habe, die, mit denen ich teilweise auf WhatsApp zum Beispiel schreibe oder mal eine persönliche Nachricht und sowas. Und die haben sich jetzt so zwischen 300 und 600 oder wo immer nicht mehr so viel verändert. Und ich glaube, solange man halt gute Rückmeldungen kriegt, ähm, ja, also da ist es dann egal, ob man 300 oder 1.300 oder wie viel auch immer hat. Aber man kann es auch, glaube ich, nicht ganz ignorieren. An der Stelle noch eine interessante Sache, weil ich sage, es ist mir egal, aber es fällt schon auf, dass ich auch, ich gucke bewusst weg dort, wo man die Abonnenten sieht. Also ich möchte das zumindest nicht ständig sehen. Ich gucke auch nie in meine Statistiken. Und da, wo man zum Beispiel dann zu seinem YouTube-Studio, glaube ich, kommt, ähm, diejenigen, die YouTube aktiv nutzen, klicken da, glaube ich, eigentlich nur drauf, da sieht man immer die Abonnentenzahlen. Da versuche ich immer wegzugucken, sodass man das nur so verschwommen sieht und ich das anklicken kann. Denn mir ist das einmal aufgefallen, das war dann schon ein bisschen seltsam, dass ich aus Versehen halt die Abonnentenzahl gesehen habe, dann habe ich ein Video hochgeladen und dann waren es plötzlich sieben weniger. Und wenn man sowas aber mitkriegt, das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen seltsam und da will ich mich auch quasi auch gar nicht so sehr drauf konzentrieren. Nächste Frage, welchen Tipp würdest du einem Booktube-Neuling geben, der gerade anfangen will? Also das Erste habe ich das Gefühl, so das, was jeder sagt, und das meine ich auch ernst, lest, was ihr wollt. Und das ist jetzt vollkommen egal, ob das nie schickste, nie ein Thema der Welt ist oder ob ihr halt noch hundertste Booktube seid, die auch Jugendbücher mag, dann ist das halt so. Aber man sollte damit mit Freude, mit Enthusiasmus rangehen, meiner Meinung nach. Und das entsteht ja eigentlich nur, wenn man liest, worauf man wirklich Lust hat. Das Zweite ist, entschuldigt euch nicht ständig. Ich weiß, unter meinem ersten Video steht in der Infobox auch sowas wie, oh, Entschuldigung, dass es so lang geworden ist. Aber wenn ein Video damit beginnt, dass jemand erstmal sagt, so, oh, es tut mir leid, ich habe das und das falsch gemacht und ich sehe schon wieder aus wie Sau und meine Videos sind ja sowieso schlecht, da sinkt mein Interesse, das weiterzugucken. Man hat euch ja abonniert, also im besten Fall, und man möchte den Inhalt des Videos sehen noch nicht zwei Minuten lang Entschuldigung. Falls sich also wirklich irgendwann mal was total ändert an der Qualität, dann kann man das ruhig mal kurz erwähnen, so, sorry, Kamera kaputt, ich filme auf dem Handy, aber das sind zehn Sekunden und dann hat man das eigentlich auch schon. Und das Letzte ist, das habe ich ja jetzt in der vorherigen Frage schon angedeutet, macht euch nicht zu viele Gedanken über die Qualität. Ich weiß, es gibt Booktube, da ist alles perfekt, da ist das Licht toll und die sehen auch noch hübsch aus und das Regal ist perfekt, aber wenn ihr erstmal anfangt, es kann ja alles noch besser werden und wenn nicht, ist es eigentlich auch egal, Hauptsache ihr habt was zu sagen. Ach so, und das Letzte noch, kommentiert inhaltlich bei anderen. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, also manchmal, wenn es passt und Leute sagen, darüber habe ich auch ein Video gemacht, okay, aber wenn Leute sagen, ja, hallo, ich bin neu, guckt doch mal vorbei oder, ähm, hier, hier, ich bin hier, sondern Leute wollen, dass ihr mit ihnen ins Gespräch kommt und wenn man merkt, das ist ein kluger Kommentator oder so, dann guckt man da auch eher vorbei. Also, ja, drängt euch nicht so sehr auf. Ich weiß, man will am Anfang gerne Austausch, aber lasst das eher natürlich kommen. Dann zehntens ein Random Fact über mich und der wäre bei mir, dass ich eine inzwischen recht blasse Narbe auf der Wange habe, die dadurch entstanden ist, dass meine Oma mich, außer sie natürlich, mit dem Bügeleisen plättete. Leben. So, und die, die elfte Frage, das ist jetzt eine, die ich und die Getagten speziell von Bücherwunde bekommen haben, das heißt, diejenigen, die ich tagge, bekommen dann eine andere, aber meine lautet, was wolltet ihr in eurer Kindheit werden? Das finde ich sehr amüsant, denn das war Torwart. Und das kann ich heute absolut nicht mehr nachvollziehen. Ich hasse Sport, ich hasse Fußball, also was heißt hassen, also für mich persönlich, ich würde das niemals machen, das interessiert mich null, ich bewege mich so wenig wie möglich, aber damals war ich halt sehr anders. Sowieso meine Kindheit und ich, wir sind so kontrovers, als wie man nur sein kann. Und später, also so mit 12, 13, war es dann nochmal Ethnologe und dann entwickelte sich das so ganz langsam Richtung Kunstliteraturgeisteswissenschaften und so. So, ich möchte drei mehr oder wenige Booktyp-Neulinge taggen, denn von denen weiß man einfach nicht so viel. Das erste Wesen, was ich taggen möchte, ist vor allem niemand. Außerdem interessiert mich das von Bookmarkt und ich weiß nicht, ob sie sowas mitmacht, aber sie ist relativ neu, weil ich möchte sie sich nochmal auf die Weise vorstellen, aber Britta Böhler. Ich weiß nicht, ob du Tags mitmachst, ob du das so findest, aber vielleicht ist es ja eine gute Möglichkeit für euch drei, uns etwas näher an eurem Leben teilhaben zu lassen. Und euch drei möchte ich die Frage stellen, was war das gleich nochmal? Achso, ja, wenn du nur ein Buch von deinem Stapel ungelesener Bücher behalten dürftest, alle anderen kommen weg, wohin auch immer, welches Buch wäre das? Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich, was sage ich immer am Anfang? Genau, like, comment, subscribe. Nein, ich freue mich natürlich über Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Achso, und das letzte noch. Uff.